...überragende Art und Weise gewinnen konnte. Andres Ferreke und Igor van de Wittemoor vom Cooper van der Herfing mal Orlando, 12 Jahre alt. Und Andres, 22 Jahre alt. 35,50 Sekunden zu schlagen und ab geht's. Ja. Ja, das ist genau das Vertrauen, was der Reiter in seinem Pferd hat. Und das ist das, wenn das Pferd es ihm zurückzahlt. Kommt er innen rum, er versucht es gar nicht erst. Er nimmt die Einflugsschleise, die erste Distanz mit dem großen Satz über den Oxfam. Führung!